Herr Präsident Robert Kopp, der Herr Minister hat gesagt, 100% Aufklärungsquote bei den Rosenheim-Cops, die habt ihr nicht ganz beim Polizeipräsidium Oberbayern-Süd. Das ist richtig, im normalen Leben nicht, aber es gibt Jahre, wenn wir einen Mordfall aus dem Feuer aufwehren, dann schaffen wir auch die 101%. Habe ich gehört heute. Herr Minister, welche Eindrücke nehmen Sie mit aus Rosenheim? Eine großartig arbeitende Polizei. Das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd kann auf die letzten zehn Jahre sehr stolz sein. Eine sehr erfolgreiche Entwicklung. Wir haben heute weniger Kriminalität als vor zehn Jahren. Wir haben eine Polizei, die technisch besser ausgestattet ist, die personell gestärkt worden ist. Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch vor einer weiteren sehr positiven Entwicklung stehen. Wir wollen das Leben für die Menschen so sicher wie irgend möglich machen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.